Hi, gleich ist wieder 18 Uhr und wir spielen wieder unser Lied der Verbundenheit einmal um die ganze Welt. Wer macht eigentlich die ganzen Tests? Wer analysiert die? Das sind viele tausende fleißige Menschen in Laboren und Praxen, Ärzte, medizintechnische Assistenten und sonstige Angestellte, die sich Tag für Tag mit den Proben mit Covid beschäftigen und herausfinden, ob wir eventuell erkrankt sind oder nicht. Und diesen Menschen wollen wir heute mal danken, weil ich stelle mir das überhaupt nicht einfach vor, dass du da Tag für Tag tausende Proben bekommst und dich einerseits auch anstecken könntest und die andere Seite aber auch weiß, da sind viele Schicksale dahinter. Die Labore in Deutschland sind derzeit in der Situation, dass sie das gerade noch gestemmt bekommen. Sie haben ja schließlich auch noch andere Sachen zu tun und andere Analysen und Tests zu machen und das tun sie jeden Tag für uns bewerkstelligen. Heute wollen wir einfach nur mal nur für euch spielen, für alle Labore, für alle Ärzte, für alle medizinisch-technische Assistenten und bitte sitz mir nach, wenn ich die genaue Berufsbezeichnung nicht weiß. Ihr wisst, was ich meine. Für euch heute einmal um die ganze Welt ein Amazing Grace, das Lied der Verbundenheit, als ein riesiges Dankeschön, dass ihr Tag für Tag für Tag euch für uns einsetzt. 2 2 3 3 5 4 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020